Ich bewundere dein Durchhaltevermögen, du bist bei Video Nummer 3 und hier lass uns heute ganz kurz über das Thema Qualität sprechen und wo du deine Öle am besten bestellen solltest. Schau, das Thema Qualität ist so ein Thema, was für mich mittlerweile kompromisslos ist. Warum? Wir wenden die Öle, und das machen Millionen von anderen Menschen auch, auf unserem Körper an, sprich auf unserer Haut und innerlich. Das heißt, wir nehmen die Öle auch zu uns. Deshalb ist dieser Qualitätsanspruch so enorm wichtig, dass wir tatsächlich sicherstellen, dass keinerlei synthetische Stoffe dazugeführt werden, dass keinerlei künstliche Dinge in den Ölen drin sind, die da nicht reingehören. Schau, die allermeisten Öle, die draußen angeboten werden, werden unter großem Preisdruck angeboten und Preisdruck zwingt Hersteller immer erfinderisch zu werden. Das heißt, Prozesse zu optimieren, Kosten einzusparen und vieles mehr. Genau das macht Young Living seit 25 Jahren nicht. Und du kannst dich tatsächlich darauf verlassen, wenn auf dem Ölfläschchen 100% reines ätherisches Öl der Zitrone drinsteht, dass du nichts anderes drin hast als die Essenz dieser Zitrone. Freunde, das ist so enorm wichtig, weil bei uns konsumieren auch die Kinder jeden Tag die Öle. Sei es auf den Fußsohlen, sei es, dass wir sie innerlich anwenden. Jeden Tag haben die Öle ihren Platz in unserem Leben. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, wo können wir diese Öle jetzt bestellen bzw. wo kannst du diese Öle bestellen? Schau, wir empfehlen immer, ein direktes Bestellkonto beim Hersteller einzurichten. Wir sind dir dabei behilflich. Wir richten mit dir gemeinsam dieses Bestellkonto ein. Dein Vorteil ist, dass du die Öle sogar zu einem Großhandelspreis kaufen kannst. Und das bedeutet einen Preisvorteil von 24% für dich. Du hast keinerlei Verpflichtungen. Du hast einen Status, der dir sogar ermöglicht, die Öle mit anderen zu teilen. Das, was wir auch machen, den sogenannten Distributorenstatus. Aber du bist nicht verpflichtet. Und du erkennst den Ausspruch schon aus dem ersten Video. Alles kann, nichts muss. Was ich dir nicht empfehle, die Öle irgendwo anonym, irgendwo im Internet zu bestellen. Denn erstens mal bekommst du sie nicht billiger. Und zweitens mal, du weißt nie genau, was mit der Qualität los ist. Du kannst ganz einfach so einen Deckel öffnen. Du kannst ein bisschen von dem Öl rausnehmen, ein bisschen was anderes reinkippen. Der Laie kann das gar nicht unterscheiden. Deshalb bitte ein eigenes Bestellkonto direkt beim Hersteller. Du hast Online-Zugang. Und niemand anders. Und wann immer du magst, kannst du dir Öle bestellen, nachbestellen. Alles kann, nichts muss. Ich freue mich auf das vierte und letzte Video.